Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey, Ultimate Edition. Oh, Sekunde. Diese Richtung, 93 Meter. Bin ich jetzt mal gespannt. Kann ich da einfach rein? Ja, dann ist gut. Okay. Hey, was ist denn mit dir? Du blutest. Sehr stark. Willst du mich den Priestern ausliefern? Was hast du denn getan? Vielleicht hat man es dir nicht gesagt, aber es ist verboten, auf dieser von den Göttern verlassenen Insel zu sterben. Das habe ich gehört. Schade, dass es niemand dieser Bestie gesagt hat. Ich werde dich bezahlen, wenn du sie erlegst. Du meinst doch nicht etwa den riesigen Bären unten am Strand, oder? Du hast das Biest gesehen und lädst noch? Der Bär war nicht von dieser Welt. Das boshafte Haustier eines zornigen Gottes. Ich habe ihn zurück zu seinem Herrchen geschickt. Ich weiß nicht, wer du bist, Kriegerin. Aber nimm das. Du hast es dir verdient. Jetzt geh. Lass mich in Frieden bluten. Oh, gut. Wenn du meinst. Ist alles? Ja. Wo denn? Nein. So. Gut. Ich sag ja erstens nicht. Ne, absolut nicht. So. Jetzt werden wir... Was ist das denn hier? Die Bilder? Okay. Was ist das denn? Ein Bär? Ja, sieht so aus. Dann werden wir uns aufmachen in diese Richtung. 355 Meter. Tu die Piken weg. So, ja genau. Tu weg. Okay. Hopp. Hoppi, hoppi, galoppi. Bin ich mal gespannt. Oh Mann. Oh, Entschuldigung. Ja, mir geht es zwar von der Stimme her nicht schlecht, aber... Ne, mir geht es noch nicht gut. Meine Lunge, die pfeift ohne Ende. Die ist zu. Tut mir leid, wenn man das so ein bisschen hört, aber... Ich kann es leider nicht ändern. Oder ich müsste 14 Tage, 3 Wochen aufhören mit der Aufnahme und... Dazu... Ich möchte es selber... Liebend gern selber sehen, wie es weitergeht. Hm. So, und da ist noch was. Sehe ich gerade. Okay. 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 Was ist hier? Der Schrein des Erakles. Wow. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Im Schrein des Erakles. Mal gucken, was hier so drin ist. Da sind Wölfe. Klar, okay. Kriege ich geregelt. Aber wieso kann ich dann... Kann ich... Da kann ich nichts machen. Sorry, dass ich jetzt so schnell reingestürmt bin. Und der zeigt mir auch sonst nichts an. Hm. Hallo? Okay. Das ist ein Kornspeicher. Das interessiert mich aber im Grunde genommen jetzt gar nicht. Aber der zeigt mir nichts an. Nee. Nur halt die Wölfe, die da drin sind. Okay. Keine uralte Tafel oder irgendwas anderes. Nee. Weißt du was? Wir werden jetzt erstmal... Und dann werden wir uns die Wölfe... Jetzt werden wir uns erstmal die Wölfe hier... Moment. Ich dachte, wir können uns die Wölfe vornehmen. Aber das ist wieder eine andere Höhle, wa? Okay. Hier ist nix. Hm. Hier ist auch nix. Was ist das? Okay. Hm. Da kann ich durch einen Schlitz... Okay, Moment. Ich bin hier noch nicht fertig. Okay. Hm. Da kann ich doch nix. Schlitz? No. Komm hoch. Die reagiert ja jetzt nicht. Nee. Zack. Was ist das hier? Aha. Schatzplündern ein. Hab ich jetzt. Okay. Haben wir erledigt. Oh. Aber das ist alles nicht hier. Ich kann nichts dazu sagen. Weil... Ich kenn das Spiel nicht. Okay. Und da vorne konnte ich durch. Nun kannst du da hoch. Da vorne konnte ich durch. Da. Okay. Oh. Zack. Irgendwie kennen wir die da. Gut bewacht. Na ja. Das sehe ich jetzt mal nicht so. Das sehe ich jetzt mal nicht so. Oh. Schnauze. Keine Ahnung. Das hat sich gelohnt? Eine Quest? Das hat sich gelohnt? Ich hab doch gar keine Quest angenommen. Nee. Sie wollten da gut hin. Affen. Das hat sich gelohnt. Hier. Mhm. Okay. Na jetzt bin ich mal gespannt. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich muss... Jetzt komm. Halt. Komm runter. Komm runter. Okay. Das hat sich... Das hat sich... Keine Ahnung. Also muss ich hier wieder raus. Ganz normal. Muss ja irgendwie sein. Geht ja nie anders. Ansonsten... ...wisste ich nichts. Na dann gehen wir jetzt mal wieder nach... Ja. Oh. Hier oben raus. Halt. Das ist ne Fackel. Es ist ne Fackel. Die fackelt nicht mehr. Die fackelt nicht mehr lang. Ja, ja. Äh. Ähm. Hallo? Scheiße. Ich sag ja, ich verlaufen hier. Ah. Kruzzi. Türken nochmal hier. Hi. Ja. Juhu. Aha. Okay, das hat sich gelohnt. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich gelohnt hat. Hm. Absolut. Löwenhöhle. Na, klasse. Okay. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Moment. Das ist kein Diebstahl. Kann ich dir heute behilflich sein? Ich habe heute echte Kostbarkeiten gefunden. Einen wahren Schatz. Ich muss sie meiner Schwester bringen, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Aber leider lauern ruchlose Banditen den Besuchern der Stadt auf. Und du willst, dass sich alle Banditen töten? Das ist wirklich schnell. Sie müssen allesamt sterben. Mach dir keine Sorgen mehr. Ich habe alles längst erledigt. Du hast dir deine Bezahlung verdient. Hier, nimm das. Danke. Ja. 1466? Ja. Na, herrlich. Noch mal sechs, neun Drachen extra. Und 15.000. Aber hier habe ich doch gerade gesehen. Da, die Löwenhöhle. Ja. Was habe ich drauf? Feuer. Feuer ist gut gegen die Leute. Ja, ja. So, dann muss ich hier irgendwo sein. Ah, ja. So, dann wollen wir mal so da reinzwirbeln. Und noch mal. So, nix ist. Aha. Fast alle erledigt. Ja, 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 ja. Noch habe ich nichts dran geschlossen. Noch sind sie nicht alle platt. So, jetzt aber. Juhu. So, dann muss doch hier garantiert noch ein Schatz drin sein. Oder auch nicht. Das wäre also nicht so gut. Kein Schatz hier. Kein Schatz für den Schatz. Hier ist was. Okay. Scheint haben wir jetzt hier soweit alles. Joa. Das ist doch wieder erledigt. Und tschüss. Jaa. So. Da. Das geht ja wie das Brezelbacken. Hör mal. Ist ja echt der Hammer. So. Gucken wir mal, wo wir hier sind. Wo sind wir denn hier? Okay. Hm. Was ist hier? Wovon Ela ist? Ja, und hier. Warte mal. Ich habe doch eine Quest gekriegt. Äh. Nicht eine Quest. Das ist Quatsch. Inventar. Muss ich gucken. Inventar. Genau. Ähm. Das ist auf Delos. Das ist auf Mykonos. Marmorstein. Bruchssuche nach dem Marmorstein. Am Gasthaus. Kap. Ich würde zusammen mit den Leichen. Grube. Graben. Ähm. Okay. Gasthaus. Ne. Gucken wir mal hier. Wo von Elias. Heiligtum. Grube. Grube. Graben. Hm. Da drüben. Oh ne. Ist der Marmorstein. Ist das der da hinten? Weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Wo von Elias. Ne. Anscheinend nicht. Ne. Okay. Hm. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Oh ja. So. Ich habe da schon ein Zeichen gesetzt. Ähm. Hören wir mal hier hoch. Ich weiß nicht. Ob das jetzt gut geht. Oder nicht gut geht. Ich habe keine Ahnung. Da ist dem Wasser in Fragezeichen. Jetzt weiß ich aber nicht. Wie weit das weg ist. Wenn das nur ein paar Meter ist. Ist das okay. Aber ne. Äh. Haben wir hier kein. Bötchen oder so. Irgendwo hier. Ne. Anscheinend nicht. Nee. Ja. Weißt du. Dann mache ich das so. Dann klaue ich das. Ist mir jetzt wurscht. Ja. Ist das nicht die Insel. Wo wir hier den Blut haben? Ne. War ne andere. Oh Mann. Ja. Sorry. Aber da stand kein Bildchen. Wir machen das doch lieber so. Ja. Die Insel werde ich dann auch noch. Zurück an. Keine Ahnung. Okay. Renea. Historischen Ort entdeckt. Okay. Dann gehen wir da als nächstes. Uah. Okay. Schauen wir mal. Wenn ich weitersegele, werde ich kennen. Ja. Nein, nein. 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 Okay. Da ist einmal das. Und zwei Schätze. Sonst ist hier nichts. Right. Okay. So. Was haben wir denn hier? Ja. Aber das. So. Und nochmal rein da. Einmal. Runter. Alter ist es. Okay. Nadel im Heuer auf. Wo ist die? Da. Da. Okay. Einmal. Dahin. Oder ist die woanders? Nee. Da. Okay. Okidoki. Banditinnen. Okay. Als versuchenes Wrack von Dati's. Okidoki. Gut. Haben wir erledigt. Aber das hier keine. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Was denn? Da werden wir mal rauf gucken. Moment. Wo lege ich denn an. Wir werden einmal drehen. So. Noch einmal kurz drehen. Es ist Nacht. Das ist gut so. Ich sollte besser nicht so weit raus. Nee. Machen wir ja auch nicht. Schwupp. Hier runter. Eureka. Und komm schon. Hier runter. Jetzt gucken wir doch mal genauer. Das ist ein Jagdhund. Da hinten ist das. Ok, ich markier das mal. Aua. Achso. Ok. Ok, was ist das? Ne, da ist nichts. Aber hier musste doch noch irgendwas sein. Haben wir hier nicht noch einen entdeckt? Angegenich zwei? Anscheinend nicht, aber... Hier sehe ich jetzt auch nichts mehr. Ne. Was ist das? Achso, da ist mein Boot. Das ist ein Jagdhund. Ja, gut. Ok, aber... Halt. Was ist das? Hm, anscheinend nicht. Anscheinend ist hier nichts mehr. Keine Ahnung. Vielleicht führt mich ja noch eine Quest hier hin. Ist ja möglich. Das passt ja jetzt. So, dann gehen wir da rüber. Oh ja. Hm. Hm. Komm. Gehen wir weiter da rein. Da können wir noch ein bisschen Gas geben hier. Im Strand näher. Ja. So. Absteigen. Tschüss. Genau. Fähigkeitspunkt. Ja, ich weiß. Aber da nützt mir im Moment alles nichts. Hm. Hm. Ja, Schiff. Da will ich hin. Ja. Genau. Da. Wollen wir mal gucken. Ja, 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 ja. Irgendwas lockt mich da hin. Ja, ja. Ne, will ich jetzt nicht schwimmen. Das macht jetzt keinen Sinn. Dort ja noch länger. Da. Ok, ok. Aua. Ha. 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 Das tut doch weh, man. So. Ok. Zack. Da. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier sein darf. Ich hab keine Ahnung. Schatzblinder. Niemand darf mich entdecken. Ne. Niemand darf mich entdecken. Na. Hier. Guck mal. Unter einer Bronzestatur. Oh nein. Ist ein Geheimgang. Ein geheimer Gang. Okay. So. Dann gehen wir weiter runter. Aber ich hab' ich immer gesagt. Ja. So weg da. Ja, die Schlangen. Da ist sie. Da ist schon einer. Hehehehehehe. Das tut ich nicht, du blödes Vieh. Ja. Und dann muss ich hier runter. Aber Moment. Kann ich. Da sehe ich doch schon wieder was. Einmal. Ich bin da noch nicht sicher. Hä? Ohohoh hohohohoho. genau ich weiß, dass das Schlangen sind, aber da noch was da glaub ich ist ja ja nein, du sollst einfach runter so Apfel, eine gewichtige... ach so, okay ja, super Moment oh hallo da ist noch was, das will ich haben okay, ein roter Apfel uuuuuh äh, das war jetzt nicht so prickelnd das war besser und hier liegt noch was so, jetzt gucken wir mal nein Hier ist nichts mehr. Und hier muss ich jetzt auch wieder hier raus. Genau. Klettern wir wieder hoch. Ja, und dann jetzt einfach nur raus hier. Ja, hervorragend. Moment. Warte mal, nee, das war ein Lichtschein. Oh! Ja, also ist echt der Hammer. Wasch mal ist weg. Danke. Super, Burschi. Ja. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Nee, warum nicht? Ja, Freunde. Ihr wisst, was jetzt kommt. Für euch der Triathlon. Daumen nach oben. Einmal den Kommentar schreiben. Und meinen Channel abonnieren. Abonnieren. Ey, ich bin so ein super Typ. Also, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.